Grüezi miteinander. Ich bin die Mutter von allen guten Ideen. Sie sagen, nein, das ist nicht gut. Ich bin nicht die Mutter von allen gute Ideen. Grüezi miteinander. Sie sind hier auf der Webseite von Idefix. Und ich bin die Mutter von allen guten Ideen. Ich erkläre Ihnen schnell, wie es geht. Hier oben haben wir das Menüleiste mit drei Pälchen. Der, der Sie anklicken, der wird an uns braun. Hier haben wir z.B. die Agentur. Dort stellen wir uns selber, wer, wie, was, wo. In der Mitte haben wir das Portfolio, das ist Ihre Seite, die Kundenseite. Dort zeigen wir ein Beispiel von unseren Kunden. Und hier oben ist das Aktuelle. Wird es gerade etwas Aktuelles gibt, oder? Dann können Sie die Eko schneiden. Tschüss!